Willkommen in der deutschen Community von money.com. In dem heutigen Video besprechen wir das Thema Integration. Hatten Sie jemals das Gefühl, auf zu vielen Plattformen zu arbeiten und Sie wünschten, Sie könnten Ihre Arbeit an einem Ort organisieren? Wir haben die Antwort. Die Integrationsfunktion von money.com macht das Ihnen möglich. Wenn Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm auf Integrieren klicken, landen Sie im Integrationszentrum, wo Sie viele Apps finden, mit denen Sie sich verbünden können. Jede dieser Apps verfügt über eine vorgefertigte Integrationsformel, die bereits Aktion und Auslöse enthalten. Sie können auch Apps aus diesen Kategorien auswählen, die Sie auf der linken Seite finden. Für jede Kategorie werden die entsprechenden verfügbaren Apps angezeigt. Angenommen, Sie möchten direkt von Ihrem money.com-Konto aus auf Ihre E-Mail zugreifen. Als Beispiel wählen wir heute die Gmail-Integration. Wir werden diese Integrationsformel gleich hier in unserem Board aufnehmen. Jedes Mal, wenn wir eine E-Mail erhalten, wird unabhängig von Betreff und Inhalt automatisch ein Element in unsere Kontaktgruppe erstellt. Passen Sie diese Formel an und klicken Sie dann auf zum Board hinzufügen. Diese Informationen hier sind die gleichen Informationen wie auf unserem Board. Immer wenn wir eine E-Mail an diese angegebene E-Mail-Adresse senden, erwarten wir, dass die Integration ein neues Element in unser Board erstellt. Lassen Sie uns versuchen, eine E-Mail zu senden. Maria Trinidad als Betreff, unser neuer Kontakt und einen kleinen Text in die E-Mail. Dann stellen wir sicher, dass die E-Mail-Verfolgung aktiviert ist, damit alle unsere Gespräche verfolgt werden können. Jetzt klicken wir auf Senden. Leere Spalten können wir nun mit wichtigen Informationen zu unserem neuen Ansprechpartner füllen. Denken Sie daran, dass dies nur eine der vielen App-Integrationen ist, die wir auf unserem Monday.com-Konto vornehmen können. Sie werden sicherlich daran interessiert sein, mehr über diese Funktion zu erfahren. Folgen Sie uns für weitere Video-Tutorials wie dieses auf Monday.com. Wir sind Mindflows, ein zertifizierter Partner von Monday.com. Bis zum nächsten Mal.